Hallo und herzlich willkommen zurück bei deinem Mutti-Berbender. Heute gibt es eine kleine Ansage darauf, dass es morgen endlich mal wieder einen Livestream gibt. Genau, 17.30 Uhr fängt es an, ich bin wieder gesund und es gibt 1 gegen 1. Von mir aus auch Community-Matches. Mal sehen. Lass mich überraschen. Bis dahin, euer Mutti-Berbender. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.